Wenn Sie in E-Mails immer wieder dieselben Texte tippen, dann macht es möglicherweise Sinn, dass Sie Textbausteine verwenden. Textbausteine kann man zum Beispiel nutzen für Preislisten oder Angebote oder einfach für FAQs, also wenn Sie regelmäßig dieselben Fragen gestellt bekommen und beantworten müssen. Oder einfach, wenn Sie es leid sind, die Bankverbindung jedes Mal abzutippen und Sie lieber mit einem Mausklick in Zukunft einfügen möchten. Wie man einen Textbaustein in Outlook nutzt, sehen Sie im folgenden Video. Ich habe hier bereits einmal eine E-Mail vorbereitet mit einer Preisliste, die ich regelmäßig verwenden möchte. Um diesen Text als Textbaustein abzuspeichern, muss ich ihn zuerst einmal markieren. Danach kann ich im Menü Einfügen den markierten Text als Schnellbaustein abspeichern, indem ich im Bereich Schnellbausteine unten klicke auf Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern. Im folgenden Fenster ist es wichtig, einen passenden Namen auszuwählen, der mindestens fünf Zeichen hat. Ich wähle hier einmal das Wort Preisliste. Man könnte hier noch mehrere Kategorien anlegen und so weiter, wenn man viele Bausteine verwalten möchte. Für uns zum Beispiel lassen wir einfach mal die Voreinstellungen so stehen. Mit OK wird der Baustein gespeichert und ich verlasse jetzt mal die E-Mail, um zu zeigen anhand von einer neuen E-Mail, wie man ihn aufruft. So, einen Textbaustein aufrufen können Sie auf zwei Arten, entweder über das Menü oder indem Sie einfach den Namen des Bausteins tippen. Wichtig ist, es funktioniert erst dann, wenn Sie hier im Textfeld sind, also solange Sie in dem Adressfeld sind, können Sie den Textbaustein nicht einfügen. Erste Möglichkeit, um ihn einzufügen, ist über das Menü. Genauso wie vorher im Bereich Einfügen, Schnellbausteine, kann ich hier den Textbaustein Preisliste auswählen und mit einem Mausklick einfügen. Wenn man viele Textbausteine hat, ist das vielleicht schwierig und es dauert sowieso länger mit der Maus als über die Tastatur. Das heißt, man kann ihn genauso gut, indem man den Namen des Bausteins tippt, wenn man sich denn erinnert, einfügen. Ich tippe mal ein Preisliste und man merkt ab dem vierten Buchstaben, deswegen habe ich vorher gesagt, es sollte mindestens fünf Buchstaben haben, Ab dem vierten Buchstaben beginnt diese Erkennung und Outlook hat jetzt gemerkt, es gibt einen Textbaustein, der mit Preisliste beginnt und er schlägt mir vor, mit Eingabetaste diesen einzufügen. Wenn ich normal weiterschreiben würde, würde ich erst den Textbaustein nicht einfügen, erst wenn ich mit Enter bestätige, dann wurde der Textbaustein eingefügt. So, jetzt ist er da, so einfach geht die Geschichte und wenn Sie etwas nachdenken, werden Sie sicherlich viele Beispiele finden, wie zum Beispiel Ihre Bankverbindung, die Sie als Textbaustein möglicherweise anlegen können.